Musik Hallo und willkommen zu Jax World. Heute zeige ich euch was relativ Großes, weil wir wissen noch nicht, was es ist. Aber auf jeden Fall ein Panzer. Und jetzt gucken wir das mal ein an. So, jetzt öffne ich mal die Riegel. Okay, was darf es heute sein? So, ich guck einfach mal. He? He? Guck. Das ist ein ähnliches Modell wie der Neopark 2. Jetzt weiß ich was das ist. Jetzt weiß ich was das ist. Das ist ein T-90. Wir wollen ihn jetzt hier rausholen. T-90 ein russischer Panzer. T-90 ist der Nachfolger von T-72. Mein großer Bruder Paul hilft mir beim Zusammenbauen. Äh... Wir wollen doch erstmal das erste Türchen öffnen. Der ist damit noch nicht so eingebaut. Was? Du bist... Du bist... Paul ist da drin noch nicht so eingebaut. Du musst doch auch. He. He. Äh... Entschuldigung, ich muss nur mal gerade den Papier drauf. Ein bestimmt 10 Meter langes Maschinengewehr rausgeholt. Guck mal drauf. Das hier ist ein ganzes Maschinengewehr. Mal. Ich kümmere mich schon mal um die Aufkleber. Ich weiß schon, wo die da drauf kommen. Leider war bei dem Modell keine Anleitung dabei, deshalb müssen wir uns die T90 in echt angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß, wie er fährt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.